In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Loch für eine Geschirrbrause in Ihren Spültisch bohren können. Bohren Sie zuerst ein kleines Loch und vergrößern Sie dieses dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ziehen Sie diese dann fest, bis das Loch ausgestanzt ist. Sie können jetzt Ihre Geschirrbrowser montieren.